Moin Leute! Auf diesem Weg ein Kontakt zu euch, denn ich muss euch was erzählen. Und zwar war ich heute in Berlin-Köbenick so ein bisschen shoppen und dann schlendere ich da so durch die Gegend und da fiel mir am anderen Straßenrand eine Dame auf, eine schöne Italienerin. Die habe ich angequatscht und kam mit so ins Gespräch und da sagte sie, na Mensch, du gefällst mir. Ja, ich finde dich auch ganz toll. Und dann sagte sie, Mensch, nimm mich doch mit nach Hause. Ja, okay, habe ich dann gesagt. Und jetzt regelt sie sich hier auf meinem Tisch rum und die hört auf den wunderschönen Namen. Goblin 770. Hier steht sie. Sie hat wunderschöne Kurven. Sie riecht auch wunderschön. Ich glaube, sie hat gerade frisch geduscht und ich werde auch dann jetzt gleich frisch duschen und ich rieche dann auch bestimmt ganz toll. Und dann werde ich meinen Stecker in sie reinstecken und dann mal gucken, was sie so drauf hat, also wie schnell sie sich bewegen kann, so zu sagen, wie gelenkig sie in der Luft ist. So, und das werde ich dann abchecken. Und dann sehen wir uns mit Sicherheit, wenn ich fertig bin damit, sehen wir uns in Belfeld auf dem Flugfeld und dann haben wir ein bisschen Spaß, patschellige Runden zu fliegen. Dann sage ich zu euch, Arrivederci, Signore.